So, die Beute brachte uns 3,49 Euro ein. Wir selbst im Gelbbrotel hatten wir noch 5,70 Euro, also konnten wir uns ein wenig mehr leisten als das, was wir eigentlich brauchen. Gebraucht wurde eigentlich nur ein bisschen Margarine und Eier, aber noch dazu konnten wir noch ein bisschen Popcorn kaufen und der Soßen-Sirup. Waldmeister. Ist auch schön. Ich verabschiede euch, in diesem Video verabschiede ich euch in die Nacht und dann sehen wir uns wahrscheinlich mal, sehen wir uns mal wieder mit dem Verlotz und das war's dann. Ciao.